Was ein Hit wird, das entscheidet das Publikum. Und das Publikum hat sich für Nachbarn entschieden. Nachbarn, dieses Thema ist heute aktueller denn je. Und wir begrüßen Johanna von Kotschian. Von Nachbarn gibt es viel Alleingeschichten. Man hat vielleicht auch mal mit ihnen Streit. Und doch, was wär ein Leben ohne Nachbarschaft? Es wär ein Leben ohne Menschlichkeit. Nachbarn sind was anderes, als nur Leute nebenan. Nachbarn braucht ein jeder irgendran. Nachbarn haben heißt, man ist im Notfall nicht allein. Wir sollten alle guten Nachbarn sein. Zum Nachbarn bin als Kind ich schon gelaufen. Und wenn ich heut mit Griffe auf der Nase lieb, dann hilft mein Nachbarn mir mit Krimis aus. Nachbarn sind was anderes, als nur Leute nebenan. Nachbarn braucht ein jeder irgendwann. Nachbarn haben heißt, man ist im Notfall nicht allein. Wir sollten alle guten Nachbarn sein. Sogar die alte Frau mit ihren Katzen. Der junge Pianist, der dauernd übt. Nachbarn sind was anderes, als nur Leute nebenan. Nachbarn sind was anderes, als nur Leute nebenan. Nachbarn braucht ein jeder irgendwann. Nachbarn braucht ein jeder irgendwann. Nachbarn haben heißt, man ist im Notfall nicht allein. Wir sollten alle guten Nachbarn sein. Wir sollten alle guten Nachbarn sein. Vielen Dank.